hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu display kosmoti... hua hua okay jetzt sind sie zum park geworden halbe geschwindigkeit du kommst nicht auf mich zu zum glück raker nummer eins schießen wir auf den kern oder auch nicht auf den kämpchen schießen dabei so kleinen bringt relativ wenig muss man sagen da wäre die wäcker in der mitte wahrscheinlich ein bisschen glück gewesen aber ohrball schon gesehen wahrscheinlich sieht es die energie ja bis nachladen jetzt müssen sie leider nachladen macht nichts haben genug andere wir haben genug andere so abschließen können wir waren so richtig einfach nur kanonenboot und gut ist ein bitteschön konzentrierte feuer power auf ihr zentrum machen dankeschön sitz passt hat luft und bitte alles mitnehmen material hinter material schöne sache das passt schon der kommt eh nicht zu uns die traut traut sich doch gar nicht so schaut es aus wir sind zusammen hallo ich würde gerade sagen habe ich ihn aber auch bekannte signale schweife ach genau schweife huu apropos schweife wir haben kaum noch munition stelle ich fest aber so ist man kaum noch munition krieg zurück 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 wir brauchen habe ich ganz übersehen wir bräuchten doch noch ein bisschen schweife um munition herstellen zu können wow ok ich habe schweife vergessen wie intensiv wie munition verbreitern massiv sogar so massiv und ich bräuchte größere lage ist könnte ich auch gut sein eigentlich beides wahrscheinlich zum glück lassen sie mich gerade noch so in ruhe ok wir haben wir denn jetzt wir haben 56 das wird ausreichend sein um quasi für ein bisschen was zu sorgen so sehen wir doch mal hier rüber ich bin jetzt verkehrt dann tun wir dich auch mal weg machen einfach mitnehmen einfach nur mitnehmen oha hu 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 ok die rager war gut angelegt muss ich sagen die war richtig gut angelegt aber bitte herumdrehen herumdrehen rager nummer zwei insofern du was hast die müssen irgendwie fein einstellen irgendwie zumindest so danke dafür du bist du zumindest schon mal weg und hast du ein bisschen munition ja es geht es geht aber wir holen uns das was wir nötigen dauert das alles ein bisschen gerade bis der sektor noch mehr unbekannte kontakte ok das ist jetzt was mich richtig wundert ja ich weiß ich bin ich weiß ich weiß ich bin ich weiß der welt aber nicht unterkom Sieg ihn er kommt hier nicht runter jajaja ja ja jaja zurückholen am islands heute ganz sowieso schaut noch nicht ganz komm hier zwei kommt rein kommt rein kommt rein soll ich sagen als nächstes darüber gehen den kohlenstoff mitnehmen es war gut dass wir hier rüber gekommen sind ist mit brezeln ein bisschen mehr mit brezeln so was von unten auf der stelle umdrehen der buch kommt und wieder kommt halt so wenn das passt das passt schon ich wollte gerade sagen ein bisschen anders noch hinter mir kann das bisschen zum glück abgebaut und abgebaut davon brauchen wir nix abbauen weiter geht's ab nach vorne ist nämlich weil kann sagen wissen wir jetzt komplett für kackern oder wie okay wir haben alles wir haben unsere 1000 euro aus munition das ist ja so weit in ordnung passt damit können wir jetzt in der krieg ziehen das ist vollkommen in ordnung ich weiß ich weiß ich bin schon auf dem weg zu dem ich bin schon auf dem weg zu dem so machen wir jetzt so schnell kaputt wie es geht kupfer schwefel beides danke dafür direkt mitnehmen und schon mal in die andere richtung stellen falls der denkt er müsse jetzt kommen während wir gerade noch quasi am einräumen sind das hat er noch nicht ich habe keinen schaden genommen es gefällt mir es gefällt mir so sehr halt 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 stopp halt stop 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 ich muss sagen nimmt den einen boob nur mit der ist wichtig kupfer hyperrombaki oh nice dann sieht man hier zumindest mal ein bisserle was Kommst du gefälligst her So, die Frage ist Wir sind jetzt wahrscheinlich zu nah für eine Raygun Yep Aber macht nix Die Raygun ist ja auch eher für die größeren Sachen gedacht Dass die auch noch mit am schießen ist Ist natürlich, ja Ich brauche kein Lager Ich kann gerade sagen, ob wir die nur irgendwie ein bisschen aufpumpen müssen Aber Ihr weniger, sagen wir mal so Ihr weniger So, dann mal dorthin Und bitte das hier mitnehmen Okay, es könnte sein, dass die hier rüber kommt Oder auch nicht Oder auch nicht Ich hatte sich so eben entschieden, nicht drüber zu kommen Kann ich mir jetzt aber auch nicht verübeln An der Stelle überhaupt nicht Sogar es sollte Haben wir noch? Wir haben kaum Schwefel übrig So gut wie überhaupt gar nicht Ja, da wird es sogar Sinn machen Noch mal ein bisschen was mitzunehmen Ins Lager Das können wir auch schon wieder was unbekanntes an der Stelle Umdrehen Kommt auf uns zu Abfang Abfang Abfangprotokoll Level 7 Raketen Ich bin Ich bin doch darum Bitte auf 1 Bitte auf 1 Ganz getroffen Schade Das wäre jetzt zu schön gewesen Um wahr zu sein Aber gut Was soll's Was soll's Ist auf jeden Fall nicht was wir jetzt gestört haben Aber Ein Level 7 Ist schon mal ein guter Progur Würde ich sage Damit können wir anfangen Jede Menge Munition verloren Bei der Aktion Aber wir waren siegreich Das ist schon mal die schöne Wir waren siegreich Die nächsten waren auch schon wieder Ohne Munition Können wir den Schwefel auf und hinten Nur komplett abbauen Das passt uns schon Ich glaube der war irgendwo da hinten Oder Guck mal Ja da warst du zuhause Ist so Bitte beide abbauen Wir werden gleich wieder den Kampf angehen Also von dem her Wir brauchen beides Wir brauchen alles und noch so viel mehr Wir haben 100 Ach stimmt Ja eigentlich Wir haben ja Trichstall bis zum Umfallen Das würde ja heißen Wir könnten auch sagen Habe ich ganz übersehen gehabt Ähm wo ist die Kanone Die ist hier Hm Da ist jetzt der quasi im Weg Ich wollte das hier eigentlich irgendwie so hinbauen Okay Das macht ja nichts Das macht ja ganz so gar nichts aus So Mach darüber hin Da passt das Was wir machen Bereich verboten Zu nah an denen dran oder wie Schade Das ist jetzt mehr als schade Okay Wie weit können wir das da hinschieben Du Geh ich nach da unten hin Einfach mal so zu Gaudi Okay Und du hier Es muss immer zwei Platz bleiben Mhm Okay Okay Zwei Platz bleiben muss Könnte man ja dann auch sagen Das würde funktionieren oder Ihr habt das haut hin Das haut sowas von hin Dorthin Und ich hätte gerne In diesem gesamten Zwischenbereich noch Die ganze Ladung von denen hier Mhm Auch wenn es vielleicht ein bisschen Schwachsinnig ist an der Stelle Aber was soll's Was soll's Genauso wie unten Mengen Von denen hier Tür an Tür an Tür An Tür So Und dann sagen wir bitte Mach mir alles voll Munition Und die Zuweisung haben wir dann gesagt Habt ihr macht das und das Und ihr macht das und das da hier Dann müsste es funktionieren Mit Theorie auf müsste es Wir haben auch noch mehr Lagerplätze geschaffen Das ist auch in Ordnung Ja Und Rizum haben wir jetzt auch Ziemlich viel noch gefunden Dann könnten wir sagen Dann könnten wir sagen Antriebstechniker weitern Dass der hier hinkommt Und hier zwei quasi verschwindet Und hier zwei quasi verschwindet Ein Booster vielleicht noch Hm Damit wir schneller auf Kampfgeschwindigkeit kommen Das hätte doch was Da können wir aber auch sagen Dann So rum hinbauen Ja Das fällt mir glaube ich Bisschen besser Und Das müssen wir schon mal haben Hier hinten So rum hin Ein paar kleine Betten Für quasi Sagt es mir noch ein paar Energieträger Das wäre noch recht schön Die können wir immer gut gebrauchen Und Hund 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 ok immer gut zu sehen das wäre nur was aber wir könnten uns sagen ja einfach noch mal eine point defense hinstellen die richtet genau das gleiche an was wir brauchen immer eine die passt auch soweit und dann haben wir gesagt habt eigentlich bräuchten hinten noch ein schutzschild und fetteren das können wir dadurch machen die seite wir jetzt auch noch interessant aber dafür ist nicht breit genug sagen wir es mal so dafür stehe ich nicht breit genug ja so passt schon mal von anfang so passt schon mal erstmal nötigen spiel für holen für die munitionsfabriken etc bp ab stimmt wenn wir schon mal dabei sind du hier so ihr versorgt all die lage hier oben und ist heute hin und dessen du hier guckst dass die zwei hier immer versorgt sind das ist ausreichend jetzt ist mir jetzt ausreichend wie ich sage lage werden nach und nach voller wir haben vier geschütze bereits musste einschalten musste ausschalten und die ich möchte die schnauze noch größer haben nachher also das muss auch ein bisschen nach innen rein verschwinden es ist quasi dann noch nach das feintunen solle los geht's wo ist einschalten ja die brennen durch die energie aber dann ordentlich durch wo reisings da hatte ich ihn aber auch ich habe gehört ihr liebt ist wenn man euch hilft im kampf passt bitte alles mitnehmen jede kleinigkeit hier mitnehmen was mitnehmen können ich bin möchte ich mir anlegen möchtest du mir anlegen ich glaube ihr nicht ich glaube in dem fall eher wirklich nicht wir können gut bremsen wir können auch wenden wir können alles was wir haben möchten was wir nicht können ist effektiv noch besser sein eigentlich an der stelle wie gesagt ihr müsst eigentlich länger werden wir müssten wirklich länger werden aufschneiden vergrößern das weiß es ist noch ein besonder klein hier gewesen wenn man die großen buchste hier und ein bisserl was dort ja noch nicht mehr so gut aus wenn das ding einfach so drin steckt zeitlich es passt einfach nicht wirklich nein muss man sagen wir können sogar die hier noch so mini im mitte hin einbauen uns fehlt das kupfer dazu okay wir haben die wieder zum verwerfen wir können die hier hinstellen das wäre eine möglichkeit nicht genug spulen wie viel braucht man den normalen spuren damals so wenig davon okay das ist jetzt nüchtern sagen muss man so haben wir noch hier um sagen raketenteile und co raketenteile und noch ein paar andere sachen ja das wäre schon schön wenn man die mitnehmen könnten okay bist du was wir machen operation es wird hässlich aber es funktioniert zumindest das heißt so viel wie können wir denn irgendwo ein gang machen wir können sagen hey mach mir das hier weg bitte ein bisschen machen wir können sagen hey mach mir bitte die kanon so rum hin und mach mir hier bitte einen weg so rum hin sie ist auch richtig aus ihr habt ihr nach vorne passt hervorher nach hinten west neben sind egal gewesen ich hätte gerne das ist das ist das hier gemacht nicht genug nicht ernsthaft nicht genug stahl und solche das schwören können wir hätten hier noch ein bisschen was wir tun auf ein ganz kleines bisschen was es ist hässlich aber es erfüllt sein zweck viele viele einzelteile zeichnen viele einzelteile ok wir haben auch schon gesehen uns gehen leider hier auch die rohstoffe ein bisschen aus bitteschön außer der schwefel der geht niemals aus wie es ausschaut fe das wäre mir jetzt egal an der stelle bitte dennoch vor uns mitnehmen wir nehmen wir noch den noch mit und danach können wir die zwei unteren auch noch abkrabbeln stufe 6 er wird immer interessant ist immer interessanter bitteschön kann ich das nicht mehr mit niemand doch aber wir sind nicht mehr in reich weil sowieso schon ok warte moment jetzt da ok wir müssen das ganze sich auch mit dem laser bauen ähm hallo bin ich jetzt zu fett schon geworden ja ich bin definitiv zu fett geworden ähm dann anders so machen einmal bitte so machen wie wir gerade sagen dass wir immer quasi von hinten an dieses ding hier rankommen können und dann einmal so machen können oder nicht oder auch nicht was soll es Hauptsache wir haben wieder bei Kupferspulen mit dabei und den Rest warum nicht Uran haben wir eigentlich wir haben schon eine Anreicherungsfabrik ok wenn wir das natürlich schon haben dann können wir getrost getrost einmal rüberrammen so wie es ausschaut wir haben es ja wir haben es ja an der Stelle fe ähm kleines Deutschbereich ok Eisenblatt ein bisschen umfallen das war es ein bisschen Uran ja gut hätte es auch noch ein bisschen schöner sein können aber was soll es was soll es so hallöchen ihr zwei ich hätte gerne Booster aktivieren ach der Booster ist cool für den Notfall Booster Power so 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 ihr seid groß und ihr seid fein mit der rüber woher woher ich habe auch du gibst immer noch ich würde sagen jetzt nicht mehr au immer diese EMP-Raketen schlimm ganz ganz schlimm haben wir noch ein paar Platten ok Platten bekommen jetzt auch dazu den Rest auch Muitionen ist ein bisschen weniger geworden aber die können wir wieder herstellen so 2000 Stück oder so wie es ausschaut das ist ja gar nichts ist das in einem Handschlag kriegt man das ja hin so ab zum nächsten Signal ob du wischst direkt auf mich ernsthaft direkt auf mich zukommen ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht ob das so gesund ist was du hier treibst ähm wie wärs denn mit so und so jup dann mal so rumdrehen ok ok schneller drauf gehen als gedacht hat er denn er hat ziemlich viel übrig ja natürlich viel übrig noch mehr Leutchen ja ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß oh ok 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 ähm gut zurückrufen gut zurückrufen 64 es sind kaum Leute drin das ist ein bisschen ungünstig gut gut ja hat mich genau da getroffen wo es unschön ist das ist natürlich ganz ganz böse die 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 killen einfach schon bevor es richtig los geht die schießen auch einiges ab ähm bitteschön den kern abschießen das passt dann schon unbekannte kontakt ok sie kommen schon mal nicht näher das hat mich einiges gekostet das hat mich wirklich einiges gekostet ähm das liegt daran weil hier keine Schilde sind ja das ist ein kleines aber feines Problem ein klitzige kleines Problem aber was solls das kriegen wir trotzdem das ist was stationäres oder einfach nur was lahmes das scheint gar nichts von beiden ok wir können ja nur ein bisschen runterflieger wir müssen ja ein bisschen näher hin flieger und dann schauen wir doch mal was sich da hinten verbirgt na komm alle mal rein alle mal rein wunderbar so oh halte ich ihn aber auch du existierst nicht mehr das gefällt mir doch sehr ich muss nämlich quasi so hinstellen wir können dann sagen ihr baut hier mal alles ab für den Moment Ok da hat jemand für mich die Arbeit erledigt ich meine ich sag nicht hinzu ja, der Gegner wex zum Grund ! bin ich aber ich hätte doch gern noch was davon gehabt gebe ich zu ich hätte gern noch was davon gehabt so wie schauts denn aus wo ist uns lage sind soweit gefüllt also wenn hier irgendwie die ragan durchschießt das ist mein tod währenddessen kopf wird gemacht ist auch das ist auch jetzt habe ich da gehört anscheinend ja anscheinend ihr braucht man nicht ich glaube hier ist uns nichts mehr also an sachen bösewicht nur sonst was würde ich jetzt mal ganz stark an ganz stark annehmen trinium her damit kupfer damit können aber beides recht gut noch vertrager aber dann würde ich mal behaupten haben wir denn ja wir haben auch alles voll momentan kommen was soll es zu dem thema wo ich 3 wow ok drei gegner sich was neues das ist was mal quasi so schäbzen stehen ja das dürfte erinnern okay das war definitiv böse ein schuss und sein ganzes hauptsystem ist fast schon ausgeführt an dankeschön der nächste ein kleinerer zum glück nur ja da bin ich froh ich wollte gerade sagen aber was schießt ihr denn gerade du bist auch weg vom fenster und du auch drei stück bereits auf diesem level nicht schlecht nicht schlecht und ich muss immer noch herausfinden wie es mit dem weg ganz funktioniert die schießen mir doch noch ein bisschen zu sehr auf eigenleistung energie generator direkt auf den energie generator vielen lieben dank sitz passt hat luft und alles drauf gegangen ich glaube was schön das kann man sich doch gar nicht vorstellen bitte einmal reparieren 204 und wir bräuchten mittlerweile 266 leute für die ganzen waffen ja das wundert mich gerade ganz und gar nicht wenn ich mich mit das so alles anschauen ok sektor ist aufgeräumt so wie es ausschaut dann bitteschön begeben wir es doch endlich mal in die raumstation wo wir eigentlich schon von anfang an hin sollten aber ich habe es natürlich immer quasi umgangen sagen muss man so nicht groß genug wenn die zählen brauchen richtig großen klotz an kupfer eigentlich booster aktivieren ja komm was so ist was so ist wenn wir schon mal da sind können wir sie auf uns kaputt schießen wir haben das knapp 3000 kugeln also ich glaube wir könnten es schaffen wir könnten es schaffen so ich glaube das beide hier ist gerade ein bisschen gefährlich ja tun wir auf ein bisschen jahr viel aber ein bisschen zumindest Feuer frei der nächste ist tot und du bist auch gleich hinüber ganz knapp verfehlt ganz knapp verfehlt bei für die 100 prozent auslöschung mit einem schuss ja die wäcker ist schon eine böse sache die ist schon eine böse sache was du von uns mitnehmen go 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 komm 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 und auf dem weg immer noch mal guck gar jetzt soweit fliege wie wir fliegen uiuiui ok und mit einem kontakt auf zum nächsten wir haben es wir sind es und wir haben es nicht beide verfehlt ob ich sehe kupfer ich sehe hier kupfer ja das war oh wirklich gerade vom feinsten ähm so rüber hin und bitte das alles mitnehmen biete einmal abbauen auch der laser als mitnehmer seid ihr denn schon ok mit dem kupfer seid soweit hauptsache die lage werden auch mal ein bisschen voller das wäre echt eine schöne sache Munition ist überall wieder dabei wunderbar dann können wir jetzt nämlich sagen wenn alle da sind wir fangen ihn jetzt oh ja hellion wunderschön und der nächste kommt er mir entgegen geflogen ja es geht es geht wo ist er da sind seine ganzen überrechte bitte inklusive kupfer mitnehmen wenn schon denn schon ich würde sagen falls er denkt er müsste mich jetzt angreifen dann ok dann ist das sein ding so ihr nehmt das mit dann passt das einmal das kriegen wir schon so hin das dürften ja nur die Astronauten sein ja wobei nicht meistens schon wieder Stahlplatten unterwegs ok so bitte einmal mitnehmen alles mitnehmen wir ein glück dass wir nach hinten noch ausbauen können so so das bisschen nehmen wir auch noch mit solange bis die 4 7 8 9 10 13 Leute drin sind 15 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 sie schnacken sich dadurch muss man ihn gestehen das muss mir wirklich lassen da kenne sie gar nichts da geht mal alarmlos das bringt uns aber nichts wir müssen erst mal zur raum stadt da möchte man einfach nur durch die gegend fliegen und findet halt echt schmuckstück hinter schmuckstück her damit das sind wertvolle diamanten die wir nachher für waffensysteme brauchen so aber jetzt da mal gas geben der street mitnehmen das passt der braucht hilfe der wird angegriffen das können wir jetzt so nicht zulassen misst ihr hätten sogar jetzt sogar drauf gehen können meinetwegen da jetzt nicht nein gesagt gegnerische fraktion ja und schön dass wir jetzt geholfen haben macht nix macht nix macht nix minimalverletzungen die ganz kleine minimalverletzung das war so schon na 2 zurückholen kommt schon da würde ich noch ziemlich viel übrig jetzt da sagt mir bitte das müssen wir langsam machen ach das seid ihr hier ist die richtige station eigentlich link ist stelle bricht in der station in gesetzt okay wir müssen trotzdem ihr bericht erstatten okay dann passt das und abbremsen ja könnte ein bisschen besser sein aber was so ist was so ist wir möchten das hier abgeben soll denn dankeschön rettet die station vor dem piraten das kaum machen und natürlich das übliche ich möchte bitte kopfgeld bekommen für alles mögliche die piraten zerstören den sektor kunden was anderes besuchen und die sachen die man bereits verlegt haben auch klein der machen passt 15 mitglieder haben wir alle mitgenommen raketeile ich habe nicht viele ich habe hier was und hier was die brauche ich nicht ihr habt jetzt für 3000 davon ich bin doch darum dass ich ja mal verkaufen das kann wiederum mitnehmen das passt den können mitnehmen dich kommen mitnehmen und dich zu kaut die auch noch solle mal eben jede mehr eingetauscht ein bisschen gas gegeben und das heißt ja nicht in folge dass ich das dinge noch weiter größer machen muss ein bisschen mehr nach vorne bauen ich habe auch die hier vorne dann weg macht es nur noch die großen kanonen haben wäre noch was sagen muss man wäre noch was ich würde gerade sagen bitte auch die restlichen platten weg machen die braucht davon auch keine mehr aber an der stelle mache ich mal die kleinen aber feinen cut das ist natürlich wir bekommen noch ein paar leute hinzu jep das können wir machen und die auch zwei hinzubekommen du möchtest doch bestimmt auch noch ein bisschen was mit mir handeln natürlich möchte ich schon mit mir handeln jeder möchte mit mir handeln passt sitz passt nur nicht luft bis zum nächsten mal aber macht es gut und wie man schüsse und auch dann werde ich auch nicht ausgefunden haben wie quasi hier ich die weg ganz ihnen sagen kann dass die quasi könnte ausmachen ja wie ich das mache damit du die feuer und